Ach, halt so'n Stern da, ne? Der hat sich bei uns am Haus festgebackt. Den kann ich nicht einsammeln. Aber ich mein, ich hab da geworfen. So, was hab ich denn so? So, sterben. Oh, da hab ich schon wieder nen Gold Key. Ja, ja, wenn wir alles so viel hätten wie Gold Keys. Weißt du, warte, ich nehm jetzt diese scheiß Throwing Knives und throw die ein bisschen. Verpisst euch. Ihr habt Throwing Knives im Kopf, ihr könnt nicht mehr. Ich schmeiß die einfach weg. Throwing Knives. Kack noch auch. Ich setz mich mal bei mir vernünftig hin. Puh. Oh nein, jetzt kommt so'n Dinger an. Nein, 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 nein. Nein, jetzt kommen zwei Magier, ich bin so gut wie tot. Boah, wenn ich das überlebe, ne? Nein, dreh dich um! Oh, 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 oh. Ah, Sekunden nur noch. Schaffst du schon. Fick dich da hinten. Wie lange wolltest du eigentlich heute aufnehmen? Weiß ich nicht. So lange, bis ich dich mehr will. Also jetzt. ich habe kein leben ihr wichser also wenn ihr kommt dann bitte nicht unangekündigt ich glaube ich habe ein bisschen irgendwas oder ich bin ich baue da hinten den weg weiter ich glaube nein es kommen hier zwei magier an immer diese magier magier ist nicht gleich ein magier wie kann ich diese komischen mana diese komischen dinger nicht einsammeln diese sterne vielleicht ist dein inventar voll braucht man bei uns für etwas doch für rüstung aber die ist schlecht oder nicht so gut ich meine jetzt die größte shop ja danke schon verkauf an den jetzt einfach mal ich mache dir mal ein paar mana küsse ich meine ich habe gerade eh nichts besseres zu tun mach mal ich habe keine Lust jetzt wieder rüber zu rennen ich habe auf jeden fall einen gold schlüssel das reicht vorerst mal so ich habe schon wieder fünf sterne zusammen verkaufen ich verkaufe gerade mal was bei dem herrn da oben oder ja ich habe keine fünf gold zusammen insofern und zum Beispiel kommen außerdem der für dich jetzt extra einen shadow key verkauft so es ist den hat es wieder zurückgekauft und dann kommt jetzt extra die rocket boots in welcher größe denn ich meine ich bin ja kennst du ja ich habe besonders große füße so schuhgröße gitarren koffer sind deine schuhe deine füße auch kaputt so wie eine gitarre ja genau ihr müsst wissen gitarren sind kaputt hier alle loch drin da hat man nur draht drüber gespannt damit keiner rein fällt ich dachte du kriegst keinen fall schon ja ich habe es ausgezogen damit ich scheiße mensch ich depp ich ich hätte vorher den spawn hier zerstören sollen so ich bin gerade unterwegs in Richtung Köln gegen sind was warte 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 nicht zu mir kommen wenn man zu den Viechern laufen so kommen erwendet wenn du herkommst der ist gerade schon unterwegs und wollen wir so geben wir sich sowieso wieder zu den inseln ja stimmt kann ich auch zu dir kommen ich meine du holst mich hier eh noch ein weil gleich die gegner kommen und die werde ich töten ja machst du immer ich räume hier mal auf ich mach die welt immer ordentlich genau willst alle gegner vernichten genau so wie minecraft ich möchte jedes item von dieser welt haben also und dann natürlich alle blöcke ja so hier wäre es sogar möglich alle blöcke wie viel truhen bräuchtest du dann ne menge nö du kannst die rohstoffe in deinem inventar in den mülleimer klatschen wie mies dann hast du zwar nichts davon aber soll man damit anfangen ja oh guck mal da meine effektive Klettertechnik ja ich bleib mal ein bisschen bei dir die Spider-Man ja ja schau mal hier warte nimm mal kurz um anziehen dreifach klick dafür momentar voll eh monoglow ist das gut moonglow nö perfekt und die tue ich dann da hinten in die leiste ne ja statt statt dieser anderen schuhe nein hammers boots nicht wegwerfen ok äh statt was denn ah was ist das geil band of regeneration kannst du eigentlich raustun hä wie wie aktiviere ich das jetzt durch leertaste oder ja dreimal drücken oder was ja so oft ist erst cloud in der bottle aufbrauchen und dann zündet er die rocketeurs wo meine mutter kommt warte dann mach ich mal ganz kurz aufnahmeschluss ist das geil mit diesem Teil willkommen zurück zu minecraft äh nein terraria schön hab jetzt meine mutter begrüßt ich hab jetzt grad mal geschaut ob ich die ganze zeit richtig auf eingepegelt war war ich aber wie lange haben wir denn schon aufgenommen weiß ich nicht hab ich nicht geschaut ich glaub knapp ne stunde ich hab mir nur meine mutter begrüßt ich dachte schon du wolltest jetzt mit stimmverzerre aufnehmen ne mir ist mein herz hat runtergefallen so ne eigentlich nehme ich ja immer mit stimmverzerre auf weißt du doch ja ja aber nur auf gronk oder ja und debitor und allotricks ja und du bist allotricks ja warte kick vom server genau ich bin commander krieger äh hallo commander da so ich schau mir mal kurz die gravitation portion rein mach du mal ich bin viel zu cool für sowas ja ich hab auch nur eine wenn du willst okay da muss ich mich nicht da hoch enterhaken ja nö ich bin schon oben da muss ich schon mal enterhaken und mich suchen ja ich bin jetzt auch an den aufstieg da komme ich noch eben hoch aber ich würde wie so an das ende davon gehen oder so am effektivsten ja ich hab ich hab grad noch etwas weiter gesucht und ich hatte keine lust dahin zu laufen deswegen bin ich denn geflogen ey immer immer an dieser Stelle ist ein Wurm egal wann ich hier bin mal schauen ob hier noch ein nächster oder was neues kommt boah ich glaub meine E-Taste ist nach der Aufnahme durch ja gut möglich leider geil was höre ich mach ich auch gerade extra übertrieben achso ja einfach weil es mich gerade aufregt mich nicht mann no meter wo bleibt hast du das genauso ja ich schau dass man nicht immer einen größeren Abstand dazwischen machen kann ja ich bin jetzt in der Welt geflogen sind also heißt es dass da keine Insel mehr sind wir können irgendwo ein übersehen haben weil die ehren können auch im schwarzen sein wie in meiner privaten Welt also ganz weit oben dann soll man aber hin fliegt der gerade ich bin jetzt über der zweiten Insel also wenn du möchtest kannst du ja mal runterkommen und mir eine Pauschung geben ich habe nur noch eine meine ist gleich vorbei da werde ich die wohl schlucken und nach der Insel suchen damit du irgendwann dein komisches Lucky Horschuh haben kannst mal verpisst euch ihr scheiß Viecher ja bäm 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 verpisst euch wir springen in Terraria beim rennen schneller als nur rennen ne aber bei uns geht das Telefon geht wohin nach hause so so wir könnten in der anderen Welt in der anderen Welt noch nach Dingern suchen dann brauchen wir eine andere Welt na ich hätte noch eine da hätte ich zwar schon mal mit äh Ding jetzt angefangen mit Pitch aber da und hier Untertitelung des ZDF, 2020